Karamell-Sonnen-Brand-Sahne-Sahne-Schläge, aber mit 2% Abschlussrate, was ist denn da los? Gute Zeit, gute Zeit, oh ne, oh nö, oh Gott, ne, da kann ich mich dran erinnern, das ist ja im Prinzip wie die Sonne in Super Mario Bros 3 nur in unten, ist das etwa ANG Elemente? Ach da, die Plattform. Wollte ich schon sagen, hätte ich irgendwas mitnehmen müssen. Irgendwas fehlt hier doch. Irgendwas stimmt nicht. Die neuen Screenshots von Mario Maker 2 seien übrigens fantastisch aus, oder? Da waren ja der übelste diese Greifzangenarme bei, die ich verbinde irgendwie aus irgendeinem Grund mit dem Minispiel in Super Mario Land 2. Die waren da drin. Ah, shit. Die waren da drin. Da konnte man ein Gegner dran aufhängen. Ja! Manche Dinge ändern sich auch wirklich nie. Ach komm schon! Tragischerweise. Meistens ist das okay. Meistens ist das okay so. In dem Fall. Klar will ich das spielen. Abschlussrate 2%. Da ist ja für solche Experten wie mich gar nix. Hm. Hm. Au. Hu, hu, hu. Man könnte theoretisch auch mal durch Dachdurcher-Level gehen, aber ha, 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 ha. Ha, ha. Ah, hör's hier. Oh, fuck. Oh, shit. Oh, shit. Oh, fuck. Der super krack. Kann ich den Wichser nicht umbringen? Wieso kann ich den denn nicht umbringen? Ich wollte ihn töten. Fuck. Da bin ich mal durchgekommen. Äh. Wir sehen uns dann in drei Wochen, Niklas. Hashtag Ping-Pong. Ja, ich mach keine Geräusche. Das war alles, äh, das war alles das Soundboard. Dafür bin ich doch viel zu brav. Entschuldige mal bitte. Also das müsstet ihr aber mittlerweile wissen. Das würde ich aber schon erwarten. Warum würde ich hier auch einmal durchkommen ohne Getroffenen? Das ist ja Quatsch. Wer will denn sowas? Wollte ich eigentlich gefragt haben. Doch dann. Doch dann der Weltuntergang. Ich weiß gar nicht, ob ich extra für Mario Maker 2 eine Switch kaufen würde. Also ich würde mir wahrscheinlich eher mit Mario Maker 2 als Hauptmotivation eine Switch kaufen, als ich mir damals extra dafür eine Wii U gekauft hätte. Das wohl schon. Was kommt darauf an? Wenn die den Preis in Bälle senken, ist auch wieder eine andere Sache. Hey. Sag mir jetzt bitte, dass hier eine Blume drin ist. Yes. Yes, Bitch. Brennt in der verfickten Hölle? Nein. Wieso macht der nicht... Wieso... Hero. Rieche ich da A-N-G? Wieso, jetzt bin ich im selben Status angekommen wie sonst auch immer. Was zur Hölle, Mann? Das ist ein Drama. Hier bin ich tatsächlich durchgekommen, ja. Das habe ich gespielt. Nein. Boah, der Koopa Troopa, der Koopa Troopa war gemein da oben, ohne Scheiß. Vielleicht waren es Castle Tiles? Ey, ich suche... Ne, lass mal hier, ich suche das... Ich suche das raus. Passt schon. Selbst schuld, wenn ich zu blöd bin, dass du bookmagen. Macht das schon. Wenn du keiner irgendwie Arbeit haben, wegen meiner Unzulänglichkeit. Wir sind ja ähnlich, beim Arbeitsamt. Äh, der weiß... War ich in meinem Leben mal beim Arbeitsamt? Ach, stimmt. Jo, damals, als mein Vater den Unterhalt gestrichen hat. Stimmt, ja. I remember. Auch gute Zeiten. Haha. Konzentration. Konzentration. A hot dude, peep, peep. Hervorragend. Guter Clip. Den brauche ich mir gar nicht angucken. Ich weiß schon, dass der gut ist. So, Moment. Timing. Yes. 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 Die, bitch. Yes. Yes, yes. Wie wär's mal mit Checkpoint? Wieso bin ich denn jetzt runtergefallen? Was ist... Was war das denn für ein Move? Das hast du auch mal gespielt. Boah, ich war... Das war damals bestimmt... Als du das Level gemacht hast, Hero, war das sicherlich damals der... Der heißeste Shit. Weil das war damals ein Gimmick, das in der Form bestimmt auch keiner genutzt hat. Damals als Sachen noch neu waren. Liebblatt 100 Bonus 10. Vierblättriges Kleeblatt. Umeinanderdrehende Herzen. Schlagendes Herz. Anwachsendes Herz. Kuhl im Quadrat. Marienkäfer. Vierblättriges Kleeblatt. Regenbogen. Tanabata-Baum. Shit, Kröte. Oh. Das ist heute zum Geburtstag ein Regenbogen gewesen, laut Hans. Das ist aber lieb. Kneezy haben dann. Kigoko. Hey, grüß dich. Willkommen zu... Ich spiele Level, die ich schon mal gespielt habe, bei denen ich es bereue, sie nochmal zu spielen. Guter Abend. Shit. Oh Gott, ey. Erinnert mich nicht... Wir tun mir jetzt einfach einen Gefallen, bis Mario Maker 2 rauskommt. Erinnert mich einfach nicht an die Tatsache, dass das Spiel Angry Suns haben wird. Wir ignorieren das. Ich habe verstanden. Maria im Käfer blieb Börbel 100 Bonus 10. Auch? Wer weiß. Vielleicht hat die Marie halt ein Fable für dieses Auto. Wer weiß das schon. Samu, halben Dank. Sehr, sehr lieb. Und danke euch beiden natürlich auch für den... Das Nutzen des Bleed Purple Cheer Modes. Danke euch. Das schaffe ich schon noch, ne? Ja. Läuft. Dankeschön. Angry Sun mit Flügeln. Angry Sun mit Katzenkostüm. Das wird fantastisch. Wir werden viel Spaß haben. Also ihr. Wir müssen jetzt nicht so tun. Wir müssen jetzt nicht so tun, als wäre das irgendwas, woran ich Spaß hätte. Ich mache euch hier doch nichts vor. Das ist nur ein One-Up? Da könntest du denn hier nur ein One-Up rein tun, ey. Ja, es ist Twitching-Gönner-Laune. Ich habe keine Ahnung, warum sie es machen, aber bitteschön. 10% mehr für alle Strömers. Äh, Entschuldigung. Für ausgewählte Streamer. Die sicherlich sehr, sehr ausgewählt sind, wenn ich die Möglichkeit habe. Ja, natürlich nehme ich es an. Man muss doch an die armen 100 Menschen. Ich habe es vergessen. Die Handos. Ist das mit 2% in Super-Expert? Nee, ne? Nee. Oder ab wann ist Super-Expert? Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent. Fickende Kackscheiße. Abschlussrate, das ist... Myurio. Oh, ja. Und Miauser. Miauser gibt es jetzt auf Screenshots. Heilige Scheiße. Ich weiß noch nicht so wirklich, was ich davon allen halten soll, aber... Ich meine... Also zumindest können wir sagen, dass die Art und Weise, mit der man uns quälen kann... Es wird auf jeden Fall variantenreicher sein. Es ist doch gut. Ja? Sehen wir das positiv. Wir werden uns nicht 70 Mal über denselben Tod aufregen, sondern vielleicht nur noch 17 Mal. Dafür dann aber über 200.000 verschiedene. Das ist doch gut. Man nimmt das doch. Irgendwie so fühlt, dass ich die Fireflower vergessen habe. Oder kommt die noch? Habe ich die jetzt vergessen? Na gut. Proben wir mal nicht so, als würde das nicht zu mir passen. Das ist Super-Expert. Echt heilige Scheiße. Verständlicherweise. Jetzt ist es, wo ich so drüber nachdenke. Bei den ganzen Super-Expert-Challenges, die ich bisher in meinem Leben gesehen habe... Ich habe darin noch nie ein Hero-Level gesehen. Auf der anderen Seite hatte ich auch in meinem Stream ein einziges Mal ein Just-Googlevel. Damals, als der Australien-Krieg anfing. Damals, als ich noch mich gefreut habe und gesagt habe, guck mal, wir haben Prominente im Stream. Weißt du noch, damals? Happy Birthday, Rerik, Happy Birthday, Rerik, und so weiter. Und guter Stream, Kruz. Wo bleibt Senf? Robin, danke dir. Und natürlich auch für die fantastische Gesangsdarbietung. Ah, danke. Sehr, sehr lieb. Und easy, danke dir ebenso. Du hast gerade eben ein Level hochgeladen? Moment, jetzt hast du das jetzt gerade im Stream gebaut, oder was? Echt? Taita, schön. Danke dir. Und, äh, weißt du noch, falls noch irgendwer von den Moderatoren weiß, welcher von den beiden Commands das war. Ihr könnt gerne für easy einen Permit- oder Allow-Command nutzen. Ich habe keine Gottverdammte Ahnung mehr. Das sollten wir, vielleicht sollten wir uns das mal irgendwie merken. Um einen professionelleren Eindruck zu hinterlassen, meine freundlichen Damen und Herren. Frau gesagt, es ist allow. Ja, ja. Ich sorgle mich dafür, dass die Abschlussrate gegen... Oh! Das Levels gegen Null ist. Kriege ich hin. Geht mir fünf Minuten. Ha! Oh! I! Geht doch! Danke euch! Äh, ja natürlich. Ah, ne, war schon cool. Mario Maker? Dankeschön. Danke euch. Läuft, guck. Hammer noch. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Level in der Queue habe, ehrlich gesagt. Totenbuß-Villa. Sieben Prozent. Oh, an das Level kann ich mich erinnern. Gute alte Zeit. Boah, das hat noch einen alten Level-Code. Heilige Scheiße. Ist das so lange her alles? Ich spiele dieses Spiel schon verdammt lange. Moment, das war ein Contest-Gewinner? Echt, welchen Contest denn? Erzähl. Jo, sagt Contest-Gewinner. Meine erste Frage. Du hast einen Contest gewonnen? Von einer Facebook-Seite? Teiter Schild. Herzlichen Glückwunsch. Was hast du denn gewonnen? Oder einfach nur, äh, Bragging Rights? Nix. Ja, gut. Aber Bragging Rights sind doch auch was Feines. Verdienen, möchte ich meinen. Was war denn das Thema? Was zum Teufel ist denn meine Aufregung? Ich muss mal gucken, ob ich die Seite gleich zum Laufen bringe. Pride und Bragging Rights. Ach, das ist doch eher am wichtigsten. Oder? Was sollen sie geben? Maggi-Tütchen? Oh, guck mal, ein Checkpoint. Guck mal, Iroh kann ja doch Checkpoints bauen. Oh, das Level davor. Ich kann mir gut vorstellen, wenn ich mir die alten Level-Codes jetzt so angucke, dass das Level damals überhaupt noch keine Checkpoints haben konnte. Könnte das sein? Ich habe aber Ghost aus. Teiter Schild. Shit, den habe ich gar nicht gesehen. Ich hoffe, dass ich den Warworld-Bot gleich zum Laufen bekomme. Ist die Submission nicht sowieso offen? Ich meine, ich habe die letztens sowieso geöffnet, oder? Sollte ich das nicht eigentlich wissen? Ah. Das ist Quatsch. Kann mir ja nun auch nicht alles merken. Ach, die fährt wieder hoch. Ich dachte, die fährt wieder hoch. Sei doch nicht immer so fies. Das kommt aufs Musik. Grundsätzlich spiele ich nicht so gerne Musiklevel. Weil Musiklevel normalerweise mit Gameplay nicht viel zu tun haben. Der liebe Easy hat damals mal ein Musiklevel eingereicht, wo du das Musiklevel nebenbei selbst bauen musstest. Also eine Mischung aus einem leichten Puzzle und einem Musiklevel. Das war geil. Das war, ohne Scheiß, vielleicht eines der... Nicht vielleicht, sondern das war eines der Top 3, 4, 5 Level, die ich jemals gespielt habe. Definitiv. Timmer, grüß dich. Hi. Das war großartig. Scheit. Das würde ich wahrscheinlich sowieso skippen. Wir sind tatsächlich auf. Wahnsinn. Rated Unknown? Ich hatte mal eine Phase, wo ich gesagt habe, ich spiele keine Level, die noch keinen Abschluss haben. Das Tor war Level. Gute Zeiten. Es war so schwer. Das Gimmick war so fantastisch. Aber normalerweise... Das Ding ist, normalerweise sind diese Gimmicklevel eigentlich gar nicht so schwer. Aber das war schweineschwer. Ja, aber Fabrizio, erzähl doch mal damals noch mal von diesem einen Boss Rush Level, was du mal live eingereicht hast. Erzähl die Geschichte doch bitte. Das waren gute Zeiten, Alter. Katrina, hey. Grüß dich. Ja, aber das haben wir damals noch geschafft, oder? Das Boss Rush Level habe ich abgeschlossen, oder? Fuck. Nee, doch. In dem Moment, in dem ich es gesehen habe, es war so klar. Ohne Scheiß. Ja, Scheiß. Egal. Ja, komm. Ihr wollt doch unterhalten werden, oder? Are you not entertained? Shit. War der Typ jetzt da schon? Jetzt bist du wieder reingekommen. Richtig? War der Erste da getroffen worden? Das kann doch nicht sein. Schnalltüte, grüß dich. Hi. Ja, ich weiß. Eki mit seinem persönlichen E-Mod ist sowieso immer Entertainer. Gute Zeiten. Warum bin ich so doof für diesen Sprung? Hör doch mal auf jetzt. Sei doch mal gut. Das war übrigens, das ist, ich habe letztens ein E-Mod gesehen. Ich weiß gar nicht, von wem der war. Ich glaube, von Slate. Keine Ahnung. Das war einfach nur das Todeskreuz, also das rote Kreuz auf weißem Grund aus Mario Maker. Das war das als E-Mod. Das war nicht großartig. Oh. Große Kunst. Große Kunst. Das Weitere habe ich letztens, es fehlte ja noch ein letzter E-Mode. Da habe ich letztens einen gesehen. Die Idee habe ich nicht mal mehr mit irgendwem geteilt, außer Frauke. Ich glaube Gina, weiß es noch, aber keine Ahnung. Da habe ich letztens einen E-Mode gesehen, der sehr, sehr ähnlich ist. Das hat mich sehr geärgert. Ich bin es so nicht mehr gewöhnt, Sterne zu geben. Das ist ja fürchterlich. Danke euch. Diese Bewegung ist aus meinem Muskelgedächtnis komplett raus mittlerweile. Das hast du um 0 Uhr nachts hochgeladen? 16.11.2015. Alter Schwede. Pardon. Jetzt fange ich da. Ach ja, übrigens, genau. Das Level habe ich aus einem Grund sogar genutzt, weil als Hero damals das erste Mal einen Kommentar unter einem meiner Videos schrieb, schrieb er dann, ja, darf man dir denn auch Levels einsenden? Ja klar, gib mir den Code, ich mache das dann und so weiter und so fort. Und das ist eins der ersten drei oder vier Level, den er mir gesandt. In dem ersten Kommentar mit Leveln, den er mir geschickt hat, schickt er mir ein Wasserlevel. Weil unsere Freundschaft war aber von Anfang an auf dünnem Eis, Alter. Daisy's feurig-heißer Soda-Kanal. Yes. Ab ins Becken. Und? Ja? Ein Pärchen. Und, war erotisch? Die wurden abgezockt. Yippie. Die wurden abgezockt. Mi, mi, mi. Easy. Haben Dank. Ja, ja. Die Sternenwertungen, die kannst du mittlerweile leider Gottes wirklich komplett, also mittlerweile, früher ging das noch, früher war die Sternenwertung tatsächlich noch ein bisschen was wert, aber mittlerweile kannst du das komplett in den Tonnen hauen. Mich wundert das auch immer, dass immer noch Leute kommen und sagen, spiel doch mal bitte die Level aus der Sternenwertung. Nee. Nee. Aber ich glaube, ich vermute mal, dass es Leute sind, die die Sternenwertung sich die letzten Monate nicht angeguckt haben und vielleicht noch davon ausgehen, dass die noch so ist wie früher, aber ist sie leider Gottes nicht mehr. Ich hab letztens, ich weiß nicht, ob das, ich glaub, das war sogar heute, kurz in einen anderen Mario Maker Stream reingeschaut, der dann in die Sternenwertung geguckt hat und da waren irgendwie, weiß ich nicht, von den Super Expert Leveln, von den Top Ten waren irgendwie sechs Stück irgendwelche Mit-Air-Level oder so ein Scheiß. Ist ja nett für die Leute, die das können, aber... Ich glaube, dass die Level Submission sogar offen ist. Normal, also einfach mit, ich glaub, Ausrufezeichen Add und dann die Level-ID. Glaub ich. Ich meine, ich meine, die ist offen, ich bin mir nicht sicher. Also sonst, sonst meine ich, ich hätte Easy nicht noch zwei Level hinzufügen können. Jetzt sitze ich doch wieder und spiele User Level. Das ist ja fürchterlich. Ja, stimmt. Ich hab letztens sogar noch gesagt, dass ich's machen möchte. Das ist ja fürchterlich. Aber kurz, du kannst auch nie Nein sagen. Yes. Ah, die Super Mario Land Musik. Crowd Control. Ähm, Moment. Interactive Gaming. Ach, nicht Crowd Control, was mein... Ach, aber wo wir grad dabei sind, Alter. Weißt du was, weißt du was, wie ja Crowd Control rauskommt? Mario 64 und dann könnt ihr aus Mario 64 die Chaos Edition machen. Ich... Weiß noch nicht, was ich davon halten soll, aber wir nehmen das mal einfach. Äh, wir fangen mal einfach mit. Moment, hab ich noch irgendwas offen? Ne, wir machen... Leute, ich kann das also über den Chat machen. Ich bin ja blöd. Ich brauch den Scheiß gar nicht auffallen. Warte mal. Play... Oder ne... Wie geht das? Play Next oder was? Play Next oder wie geht das? Play Next. Random. Ah, okay. Tide. Läuft. Äh, so. Guck. Blubbt. Genau. Aber kurz, du hast doch die normale Chaos Edition noch gar nicht fertig. Äh, Magshake. Danke dir für die... Tits. Hashtag langer Dongle. Läuft. Da weiß ich noch nicht so ganz, da weiß ich noch nicht so ganz, was ich davon alle halten soll, aber wir... wir werden... wir werden's spielen. Mario 64 Crowd Control werden wir spielen. Und es wird... Es wird episch. Glaubt mir. Es wird episch. Also für euch vor allem. Für mich wird das wahrscheinlich ein Untergang, aber... Was hab ich schon noch zu verlieren? Easy Level. Nur zu gewinnen. Läuft. Oh ja. Ich hoffe ja wohl, Fabrizio. Wir müssen das alle noch vorbestellen, weil wir kriegen ja... Wir kriegen ja... Wir kriegen ja alle für die... Als Vorbesteller-Bonus einen lustigen Stylus-Geschenk. Ich hätte lieber wieder ein 8-Bit-Amiibo genommen, aber man kann sich ja auch nicht wünschen, wenn das passieren. Stylus ist ein Stift, ja, ja. Ein Touch-Pen-Ding da, weil... man dafür ja die Switch selbst dann nutzen muss. Da möchte ich ihn. Nö. So, gibt es nicht bei Amazon ich gehe mal davon aus, dass das nicht hätte passieren sollen ich habe sogar gesehen ich war verwundert darüber, dass sie den Vorbestellerbonus tatsächlich sogar anbieten wenn du das per Download per Nintendo E-Shop vorbestellst, da war ich total überrascht worüber ich mich sehr, sehr freue weil ich hatte eh vor, das digital zu kaufen allein schon aufgrund der ich werde sowieso größtenteils Mario Maker spielen und jedes ich dachte, wir wären Freunde, easy jedes Mal, wenn ich dann das Spiel wechseln möchte oder dann für den Stream oder was auch immer zurück müsste ich das Cartridge wechseln die können mich mal kreuzweise das werde ich sowas von digital bestellen wenn ich das richtig verstanden habe muss man oder bekommt man, wenn man das digital bestellt hat irgendwie irgendeinen Code oder so und den musst du dann online einlösen und da kannst du dann deine Adresse eingeben und dann bekommst du den zugeschickt so habe ich es ich habe es allerdings auch zugegebenermaßen nur überflogen aber so habe ich es verstanden shit ich hoffe, ich brauche die nicht ich bin einfach hier rein nur wenn man digital bestellt möglich ne Ahnung ah, okay auch möglich die in den USA bekommen die nicht das überrascht mich hey, Liga Spam Alter aber easy hatte Spaß bei Media Markt ist er eh wichtiger machen wir uns doch nichts vor hui yes wahrscheinlich ich würde vermuten dass es irgendwas irgendwas mit ausgewählten Händlern ist dass sie irgendwelche Partnerschaften eingegangen sind oder so vielleicht sogar auch mit GameStop oder sowas danke euch ich werde schon lange nicht mehr bei GameStop heilige Scheiße Sternkünd hör mal für die Spielerei läuft easy shine on you crazy Bowser ja crazy passt hör mal das war ja verrückt warte mal jetzt müssen wir dann ich glaube das muss ich jetzt anders sagen completed kann das sein und dann Ausrufezeichen next hui guck mal ist das nicht schön wenn Sachen funktionieren ist das nicht toll läuft Karl Doska ich glaube das ist der eine der gesagt hat ich sollte der das Level eingesandt hat mit den Worten einer jemand ich weiß nicht ob er das war oder irgendwer anders jemand hat mal gesagt äh ich schicke dein Level ein es wäre schön wenn ich dabei wäre wenn du das im Stream spielst und war seitdem nie wieder hier also du kriegst ja Mitarbeiterarbeit du Schlange mein Gameboy Level cool ah fuck ja cool läuft wie viel 10% 15% 20% 80% das ist ja dann auch das stelle ich mir sehr sehr praktisch vor easy danke dir echt die haben haben die das gemacht das war ich weiß noch dass wir das früher gemacht haben in unserem kleinen Laden die lustigen äh im Prinzip Piraterie Chips in der Playstation 1 zu bauen wo genau soll ich warten in der Playstation 1 zu bauen ich bin etwas ich bin etwas perplex darüber dass GameStop sowas auch mal gemacht hat wo kein Kläger da keine Klage besser aus wie Hoden mit Penis das ist ja lustig mir ging es zu diesem Level ich bin nicht Amazon ja jetzt stell dich mal nicht so an Mr. Finanzprofi weißt du du kannst dir nicht den du kannst dir nicht das heilige Abendland geloben ja so ist ein Chaos Todesschabe ist nämlich nicht Amazon sondern Otto.de genau die Geister die ich rief easy danke dir hast du es selbst gemacht ich hab das nie ich war als das damals aufkam dieses Verlöten von der PS1 da war ich ey keine Ahnung 10 da konnte ich mich oder hab ich mich nicht mit befasst aber ich mein es war immerhin so leicht das kann ich mir schon vorstellen denn in die Richtung es war zumindest so leicht dass wir das in unserem lustigen Spieleverlei selbst gemacht haben mich würde mal interessieren ob das damals illegal war Checkpoint wäre ganz nett yes du warst 12 bist du nur zwei Jahre älter als ich das kann doch nicht sein du schummelst doch ja ich hab in meinem Leben noch nie einen Lötkolben in der Hand zugegebenermaßen ja ja okay ich hab's verstanden putzt mit 10 PNG ich glaube die Sticker die wir verlost haben die kommen ungefähr in die Richtung ja wir hatten damals auch alle Spiele auf Discs allerdings natürlich auf selbst gebrannten Discs es gab Leute die haben damit richtig Geld verdient auch PC-Spieler einfach Raubkopie die haben die einfach gebrannt die Splasher ist das denn legal nein Bitch ist es nicht noch nie einen Kolben in der Hand checkpoint wahrscheinlich nicht oh nö 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 Scheißegal Der letzte Bowser-Kampf war schwach, Alter Dennoch, wir nehmen es mal einfach so Minecraft-Kolben, was heißt denn da Kolben? Ich kenne die englische Übersetzung von Minecraft, nur ehrlich gesagt War nicht legal, aber es hat Spaß gemacht Ja, das war toll, so viel Auswahl damals Danke euch, danke euch Und easy, danke dir für die Bittis